Diese Katze hier hat einfach angefangen, in seinem eigenen Besitzer jeden Tag mehrere hunderte von Euros nach Hause zu bringen. Ken war sein Name. Er war nämlich ein sehr, sehr kleiner Junge und hatte sich schon immer eine Katze gewünscht. Doch seine Eltern, beziehungsweise genauer zu sein seine Mutter, hatte eine sehr schwere Katzenallergie und wollte deshalb eben keine Katze haben. Also musste eben Ken warten und sein Leben erstmal ohne Katze verbringen, bis er dann irgendwann aussieht, um sich eben dann eine eigene Wohnung zu holen, wo er dann halt eben natürlich auch eine Katze holen konnte. Gesagt, getan, es ging wirklich mehrere Jahre zu Ende und Ken ist ausgezogen. Doch das Problem war, dass Ken nicht nachgefragt hat, ob in seiner neuen Wohnung Haustiere erlaubt sind und er hatte sich einfach eine Katze zugelegt. Irgendwann hat der Vermieter das Ganze mitbekommen und hat einfach hinterrücks seine eigene Katze vergiftet. Das konnte Ken wirklich nicht glauben und er war wirklich fassungslos. Er hat daraufhin gefragt, wieso. Der Vermieter meinte, dass eben keine Haustiere erlaubt sind, weil er großen Hass gegen Haustiere hat, wieso auch immer. Jedenfalls hat natürlich Ken sich dann eine neue Wohnung geholt, wo er sich dann eben eine neue Katze zugelegt hat. Dieses Mal waren zwei Haustiere erlaubt in seiner Wohnung, doch er konnte niemandem mehr vertrauen und hat sich nämlich sogar noch nebenbei eine riesengroße Firma aufgebaut, mit einem Büro direkt an einer Hauptstraße. Dort wollte er einfach sicher gehen, weil dort kein anderer Zugriff hat, außer er und seine Mitarbeiter, die aber keinen Schlüssel haben. Also hat er eben in dem Büro an der Hauptstraße seiner Katze eine riesengroße Ecke gemacht, wo sie ihm schlafen konnte. Die Katze hat sich sofort auch im Büro einfach wohl gefühlt und hat dann einfach angefangen, dort zu leben über Nacht. Dadurch, dass Ken sowieso jeden Tag arbeiten war und sowieso sonst keine Zeit mit seiner Katze verbringen konnte zu Hause, war es einfach die beste Möglichkeit, sie in seinem Büro schlafen zu lassen. Doch eines Tages hat die Katze einfach angefangen, immer wieder ziemlich viel Geld aus den verschiedensten Löchern, so dachte Ken, rauszuziehen. Angefangen hat das Ganze mit ein paar Dollarscheinen, die einfach dann vor dem Bett der Katze lagen, in seinem Büro. Ken hat sich gefragt, woher das kam, aber dachte sich nichts weiter dabei. Also kam es tatsächlich nochmal dazu und Ken hat sich dazu entschlossen, ein paar Security-Kameras in seinem Büro dran zu bauen. Und was er dann auf den Kameras gesehen hat, ist wirklich unglaublich. Er hat einfach gesehen, wie seine Katze jede Nacht immer wieder zu der Tür ging, welche halt eben nur aus Glas bestand und eben so ein kleiner Schlitz zwischen den beiden Gläsern war. Die Katze ist jede Nacht dorthin gegangen und hat einfach mit Passanten ein bisschen gespielt. Dabei, um mit der Katze zu spielen, haben sie immer wieder ein paar Geldscheine durch die Ritze eben gemacht, damit sie mit der Katze spielen können. Die Katze war aber so schlau, hat jedes Mal den Geldschein weggezogen und es eben zu ihrem Bett gebracht. So hat der Besitzer mit seiner Katze einfach mehrere tausend Dollar erwirtschaftet. Freut mich jetzt für mehr Videos.